Ich habe Hunger! Bananenflips! Lecker! Bananenflips! Hier ist das Erbti. Und heute bin ich auf diesen Baum gekommen, weil es gibt so viele. Verbindungen, die wir gar nicht wissen. Und wo wir in ganz verschiedene Welten schlüpfen können. Das ist sehr energieaufwendig. Aber ich habe wieder Hunger und muss wieder crunchen. Aber das wisst ihr ja, dass es hier ja ganz um Energie geht. Um gute, gute, gute Energie und gutes Essen. Also, ganz liebe Grüße von eurem Archie. Gib mir Nachies! Mehr Nachies!